Jo, moin Leute, herzlich willkommen, neues Video von mir und in diesem Video möchte ich mit euch über Sprit sprechen und auch ein bisschen diskutieren, da freue ich mich schon drauf. Also wie ihr wisst, fahre ich am BMW Z4 35i, 6 Zylindermaschine, 306 PS und bin jetzt über ein Jahr lang mit dem Wagen schon gefahren, also über 10.000 km auch schon und die ganze Zeit eigentlich nur super normal getankt, sprich ROT 95 hier und das an normalen Tankstellen, also jetzt, ja, normale Tankstelle, was soll das heißen? Halt Billigtankstelle wie Mundorf gibt es hier bei uns in der Gegend, was gibt es hier noch, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht, was hier noch so No-Name-mäßig unterwegs ist, No-Name in Anführungsstrichen, teilweise aber auch Shell, genauso wie BP. Ja, Esso oder irgendwie sowas gibt es hier relativ selten, war ich aber auch schon mal, ich glaube, in Düsseldorf irgendwo. Warum ich dieses Video mache, weil ich mache jetzt aktuell gerade eigentlich einen kleinen Test, das hatte ich auch in einem Kommentar schon mal angemerkt, denn ich tanke jetzt seit einer Tankfüllung aber erst ROT 98, sprich Super Plus, habe ich allerdings bei einer Mundorf-Tankstelle getankt, also dieses hier, Super Plus, ROT 98 und da gibt es ja auch nochmal die Verwässerung des Rotzwertes, also der Klopf-Festigkeit und das könnte man erreichen mit dem Shell V-Power Ultimate oder sonst was oder Aral Ultimate 102 hat das sogar. Und meine Frage ist jetzt einfach an euch, was haltet ihr davon? Lohnt sich das oder nicht? Weil, wenn wir jetzt mal hier parallel in die Bedienungsanleitung von meinem Z4 gucken, sehen wir, dass der Sprit, dass die Vorgabe, die Empfehlung sieht vor, dass man ROTs von mindestens 91 haben muss und wenn wir jetzt zurück switchen, ist 91, das Normalbeziehen, was es, also ich habe es schon jahrelang nicht mehr gesehen, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, das ist ja irgendwie weggefallen, fängt ja direkt bei Super mittlerweile an und Super mit E5 dann irgendwie gestreckt, ein bisschen von dem E-Zeug halt da drin, sage ich jetzt mal, oder dann halt E10, was ich aber noch nie getankt habe. Ja, und dementsprechend, meine Frage, also ich konnte jetzt so auf den ersten, ich glaube, ich bin jetzt seit der ersten Tankfüllung damit so circa 100, 200 Kilometer gefahren, wenn mir jetzt keiner gesagt hätte, dass Super Plus drin wäre, ich hätte keinen Unterschied gemerkt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich denke, N gleich eine Tankfüllung ist definitiv zu wenig, um das jetzt adäquat zu beurteilen zu können, aber vom ersten Gefühl merke ich keinen Unterschied. Und es ist kein Problem, jetzt ein paar Euro hier mehr auszugeben für eine Spritfüllung, aber wenn sie unnötig ist, dann widerstrebt es mir eigentlich. Wenn der Motor dadurch besser läuft, langlebiger ist, ich auch irgendwo einen Komfortvorteil habe, sprich der Wagen läuft wirklich ruhiger, läuft besser, vielleicht auch ein paar Kammer schneller irgendwie oder ähnliches in der Beschleunigung, dann würde ich natürlich diesen Mehrwert bezahlen, aber wenn es sinnloses Geld ist, dann muss man den Ölmultis, den Bösen, das Geld nicht in den Rachen werfen. Ja, dementsprechend, was tankt ihr denn? Schreibt mal gerne Modellhersteller, also Automodellhersteller und dazu, was ihr tankt und warum ihr das macht. Das ist mir ganz wichtig und wie sieht eure Empfehlung für mich aus? Ich werde es jetzt auf jeden Fall mit dem Super Plus mal weiterhin testen, werde euch da auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten und freue mich aber sehr auf eure Hinweise, was ihr dazu denkt. Also in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Video.